Ich kann die Viespaner SPD nur beglückwünschen, dass Sie von Rottloff ausgewählt haben, für Sie als Kandidat in den Deutschen Bundestag zur Verfügung zu stehen. Ich kenne den Siebmann schon sehr, sehr lange. Ich weiß, dass er ein sehr kluger junger Mann ist. Ich weiß, dass er beharrlich seine Ziele verfolgen kann. Dass er ein Sozialdemokrat ist, der sehr, sehr lange und auch sehr, sehr engagiert für diese parteiische Eingestandung hat. Also alles Dinge, die man braucht, um eine Wahl zu gewinnen. Und ich wünsche ihm viel, viel Glück bei dieser Kandidatur. Und ich bin fest davon überzeugt, ihn in Berlin wiederzutreffen.